Hallo alle, heute sind wir bei Skateboard Park, wo ihr wisst, also das da ist das ganze Skateboard Park. Also das ist das ganze Skateboard Park. Hallo! Also das ist mein Bruder Emil. Also Leute, ähm... Also das da, wisst ihr wie, hier mache ich immer Tricks, hier auch. Hier mache ich immer so Sidewise. Ich zeige euch jetzt, wie es geht. Also es geht so Sidewise. Und dann einfach so. Ihr wisst das schon. Hier, also bei dieser Plattform gibt es ja solche Dinge. Hier haben wir heute mit meinem Vater gearbeitet. Und es ist jetzt sehr cool. Weil vielleicht jeden Tag werden wir hier kommen. Und es ist sehr cool, weil... Leute, ihr wollt doch Videos. Also wir werden gute Videos machen. Ferien, wenn wir wieder zur Türkei fliegen. Vielleicht nach Deutschland. Und dann, äh, werdet ihr sehen, wie wir fliegen. Wir werden noch ein Flugzeug ein bisschen filmen. Und danach, wenn wir noch alles machen, alles was wir wollen, bitte, äh, sagt im Kommentar, wo wir fliegen sollen. Dann fliegen wir nach dort. Mein Vater fliegt immer nach Jordan oder so. Äh... Nicht nach dort. Nach irgendwo. Und da kann er euch alles zeigen. Er kann diese Kamera mitnehmen. Ähm, also wir, wenn ihr will, wenn ihr wollt, wenn ihr solche Videos wollt, dann, ihr braucht eine sehr gute Kamera. Und da braucht ihr so etwas wie ein Selfie-Stick. Dann, es wird alles super sein. Weil, wenn ihr ein Selfie-Stick habt, oder ein Handy, Handy geht auch. Aber wir benutzen eine Kamera, wir benutzen eine große Sonny-Kamera. Das ist auch eine Sonny-Kamera. Aber das ist, ähm, äh, so, das ist Action-Kamera. Also, das kann unter Wasser. Also, ihr, äh, wer, also ihr müsst einfach R-N drücken. Und das könnt ihr alle Videos sehen. Also, äh, gestern haben wir Legoland Waterpark gemacht. Wir haben noch in Türkei Barbecue gemacht. Dort waren unsere Katzen. Wir haben noch Moviepark gemacht in Deutschland. Wir haben noch, ähm, in Dubai. Wir waren. Und also, wir werden in Türkei sein. Also, cool, Leute. Mein Vater hat noch nicht entschieden, wo wir fahren. Vielleicht nach China oder so etwas. Also, Leute, cool. Äh, ich zeig noch das Ende. Also, hier haben wir so ein Ding, weiß ich nicht, wie das heißt. Wir haben hier Bänke, sehr viele. Dann haben wir hier so ein Ramp. Ich nenn das Trampolin. Dann haben wir hier... Hallo! Ja, immer. Dann haben wir hier noch, ähm... Noch so ein Rollercoaster, nenn ich es immer. Und dann haben wir hier Sidewise. Das nenn ich auch. Und, Leute. YouTubers sind immer cool. Also, wir werden in diesem Video, also, nicht nur Videos, auch Fotos. Aber, ich frage meinen Vater, ob wir die Videos am Ende machen können, dass ihr dann Bescheid weiß. Ähm, mein Bruder rand hier. Emir, kannst du also ein bisschen rote Tricks zeigen? Ja, wir machen jetzt was... Ja, jetzt, äh, zeig ein paar Tricks. Wir machen so nichts. Zeig, zeig. Also, ja, wir rand so immer. So auf eine Aufwärmung. Also, so müsst ihr auch... So müsst ihr euch warm machen. Also, Leute. Dankeschön. Bitte... Bitte Kommentare lassen. Weil wir wollen eure Kommentare lesen. Wir haben noch nur Kommentare bekommen. Also, wir haben noch, äh... Hier noch viel Job an YouTube. Und, äh, wir können nicht jetzt... Wir haben noch 20 Minuten im Park. Also, können jetzt nicht so lange bleiben, weil unsere Mutter kommt. Ähm... Also, was kann ich... Was, äh, wollte ich sagen? Ah, ja. Sagt, wenn ihr so Kameras bekommt... Eine Wasserkamera! Ja, ja, ja. Ihr braucht eine Wasserkamera, weil... Dann könnt ihr nicht... Weil, äh, ich hab YouTubers gesehen, die mit Handy filmen. Aber, äh, dann geht das einfach kaputt, oder... Also, Leute. Tschüss. Jetzt gebe ich das, äh, meine Kat. Jetzt gebe ich die Kamera zu meinem Vater. Also... Ihr braucht solche Kameras, aber... Probleme mit diesen Selfie-Sticks. Ja, oder normale Kameras. Ja, normale Kameras gehen auch. Aber ihr braucht auch ein Stativ. Oder Telefon. Ja, ja. Ja, ja. Du braucht auch ein Stativ. So ganz gute Fotos zu machen. Also, wenn ihr in Dubai seid, dann ist das voll cool. Dann könnt ihr uns sehen. Äh... Wenn ihr wollt, könnt ihr unsere Fotos kopieren. Und dann können wir... Vielleicht nehmen wir so einen Marker und dann machen wir es. Oder ihr... Ja, ja, ja. Ihr nehmt den Marker und dann... Willst du... Und dann... Willst du... Und dann... 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 Ja, und Leute. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr also mit uns zum Skateboard parken. Und Parkours machen. Ja, Parkours. Wenn ihr ein Masters Parkour seid. Roller oder Fahrrad mitbringen. Alles ist erlaubt. Oder... Oder... Oder Pennies oder Skateboards. Tschüss, Leute.